Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir sind wieder zurück in Alpengewässern. Letzte Folge gab es ein kleines technisches Problem, dass er den InGimpsdarm nicht aufgenommen hat. Aber ich wollte es halt nicht verwerfen, weil... Es war halt das erste Mal, und so die Reaktionen drauf. Wenn es irgend so ein Part mittendrin gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, yo, lass was halt so stehen, aber es war was Neues, und ich wollte es halt einfach mal, bam. Jetzt habe ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst, wir haben The Poop, Blue Baby. Ow, shit. Was müssen wir denn machen? Mega-Satan, Punkt. Mega-Satan, okay. Okay, eigentlich nur Mega-Satan, alles andere ist dann ziemlich egal, okay. Na gut, dann sollten wir uns auf Angel Deeds konzentrieren heute. Wäre vielleicht auch erst etwas angenehmer, erst einmal. Vor allen Dingen, ich habe ja gehört, dass die Angels, die jetzt richtig gebufft worden sind. Dass sie halt richtig stark jetzt sind. Von daher, Angel Deeds, meine Freunde, und hoffen wir, dass wir dann... Lass mich in Ruhe! Ja. Und schon das erste Halbe Wert sind. Ja, Blue Baby. Ein Baby, das keine roten Herzen mag. Und die ganze Zeit nur rumfurtzt. Aber The Poop ist eigentlich auch gar nicht mal so schlimm. Erstmal schauen wir uns zur Seite, Mann. Mulligan, okay. Spider Baby, die Revenge des Spider Wings. Und zwar... Machen wir mal erstmal so, ich brauche erstmal meinen Poop, dann kann ich euch zeigen, was ich meine. Was ich auch mit einer Weile gelernt habe. Ein Zümperchen. Du kannst zum Beispiel Angriffe, kannst halt so abbremsen. Das kommt halt immer auf die Gegner drauf an. Klar, The Poop ist jetzt kein starkes Item. Das wird's nie sein, aber... Man hat mehrere Möglichkeiten, wie man mit The Poop umgehen kann. Und aus dem Kanal ab und zu mal was Interessantes drin sein. Vielleicht gehen wir auch den verstandenen Poopy. Dann rendiert es sich auf jeden Fall. Aber natürlich hofft man auf ein besseres Space Fighter. Aber so für den Anfang... Hey, willst du nicht? Hab mal ein wenig mehr Chancen auf Geld oder so. Was ich gerne hätte, wäre eine Bombe. Lieber Spielchen, eine Bombe bitte. Und bitte nicht so viel spawnen. Nee. Ja, Angel Deals. Oh, wenn jetzt so ein bezaubernder Devil, die kommen, ich kann das nicht mitnehmen. Bei Blue Baby ist es halt sowieso etwas schlimmer, weil... Ein Devil, den Item kostet halt wirklich dann drei blaue Herzen oder schwarze Herzen. Man wird niemals ein rotes Herz bekommen, weil... Der Blue Baby sagt, nee. Ich bin tot und ich nehme nichts Lebendiges. Und das müssen wir abzutieren. Wir haben eine XXL-Ebene. Okay. Das ist gut, dass er mir das sagt. Und das ist sehr schön... Ah, stimmt. Das heißt, ich brauche dafür keinen Schlüssel. Und wir haben hier die Bombe, die ich wollte. Okay. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Nächstes Item. Bucket of Large. Gibt uns zwei Herzen. Ein wenig Speed Down. Und wir können durch Pilze und durch... Und so weiter durch Lava. Genau. Das geht nicht. Ich muss nochmal kurz schauen, ob ich durch... Nein, das geht nicht. Okay. Ich habe gedacht, das wäre so der Line-Effekt, dass ich ein wenig Stumpy sein kann. Aber nope. Okay. Wir sind halt dabei... Wir haben mehr Herzen. Das ist doch schon mal schön. So. Wo war denn das? Wo war das mit der Bombe? Hier war es, ne? Ja. Legen wir mal hier eine gut platzierte Bombe. Das heißt, wir können erstmal dann auch... Das ist nämlich der Super-Siget-Geheim-Rampen. Da wäre halt auch ein Tindle-Truck. Der Fleck, gehen wir nochmal Bomben. Äh, ja. Wir kriegen nur unsere Bomben. Das war... Okay. Und zwei Herzen. Wunderbar. Das war jetzt ein... Großer Zufall. Aber hey. Aber wir auf jeden Fall nichts dagegen. So, der normale... Was gibt es zu mir? Einen Schalüssel. Eine Bombe für ein Schlüssel. Na ja. Gut, momentan sitzt er noch gut aus. 3, 4. Ja. Haben wir sogar relativ viel Schlüssel. Äh, aber den Shop, ich weiß nicht. Dann haben wir erstmal zwei Bosse. Oh je. Oh je. Ah, da würde ich auch sehr gerne eine Bombe reinhauen. Aber na ja. Vielleicht gehen wir hier noch in der Münze getroffen. Ist so ein 5er oder so? Dann würde ich mal schuss. Ja, in den Shop könnte man nicht mehr reinschauen, weil vom Automaten könnten wir uns ein bisschen was holen. Nicht so viel, aber... Aber mit 8 Münzen... Äh, ich weiß nicht. Bombe! Wunderbar. Ein Schalüssel wieder plus gemacht. Bombe haben wir ja mehr oder weniger gekriegt. Hör auf zu weinen. Ich schicke dich zum uralte Isaac. Er ist nämlich auch oft gestorben. Eine Pille. Wenn wir mal den Boss aktivieren. Seminale. Oh, ich bin Larcher. Das ist ja schön für mich. Das ist ja schön für mich, dass meine Hitbox-Größe geworden ist. Ah, fucking Pille. Aber es ist so ein... Nochmal so ein Large-Fehler wird mir nichts mehr passieren. Weil jetzt wird auf jeden Fall die Pille aufgedeckt. Es gibt natürlich noch weitere negativen Effekte. Aber jetzt kann ich nämlich auch die Make-to-Smaller-Pille nehmen. Wenn ich die finde, weil die werden dann auch angezeigt. Wenn ich die sehe, ja, wäre ich auf jeden Fall happy. Ja, groß und fett. So wie ich. Das passt, ja. Aber der Blue Baby ist fett. Der ist ja nicht immer ein lebendiger irgendwie. Aber okay. Ich kann trotzdem gut ausweichen, mein Freund. Und verstecke ich jetzt bitte nicht da hinten. Sonst kriegst du deine Pumpe ab. Ja, wohl für die Biblia eine Pumpe. Ja, keine Pumpe. Ein Orbit. Und sogar mein Lieblingsorbit. Nice. Also nicht der Lieblingsorbit, aber von den beiden, die ich bekommen kann, ist es meine Lieblingsorbit. Weil Bandage-Dingsbums, das mag ich irgendwie nicht. Natürlich ist Säckefische Decker natürlich das Number One Space Fighter. Ich glaube, da müssen wir nicht streiten. Oh, der Lucky Stone nehme ich sehr gerne mit. Ja, nehme ich nicht mit. Aber, wenn er schon zweimal offen ist, dann kann ich mal das Feuer ausmachen. Gott, den ignorieren wir immer, dass wir unseren Shows auf Angel Deal bekommen. Und wir brauchen auf jeden Fall immer eine Bombe, damit wir den Engel sprengen können. So. Da gucken wir mal kurz rein und sagen, nope. Es ist Ah, nice. Sehr viel Schaden gemacht. Ohne selber Schaden zu bekommen. Das ist immer den Stuff, den ich sehen möchte. Und down. Was haben wir denn für Karte? Das ist an. Gucken wir mal aktivieren. Deckt uns die Karte auf. So. Dann gehen wir erstmal nach oben, holen uns das Item. Wir haben auch genug Schlüssel. Das ist wunderbar. Ob es zack, 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 zack. Und immer schön weitergucken. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch was Interessantes. Wir haben den Lucky Stone. Das wir natürlich auch nicht vergessen. Falls wir sehr viele Steine sehen sollten. Da könnte man mal eine Bombe legen. Weil dann kriegen wir auf jeden Fall sehr viel Geld. Ah. Das ist natürlich auch acht Münzen würde ich dann bekommen. Nehmen wir erstmal das mit. Lost Flight. Können wir mal eine Bombe hier legen, weil jetzt immer eine Münze. Bap. Und die sieben Münzen, die da oben sind. Zack, zack. Und dann fünferchen. Das heißt, wir könnten auch mal in den Shop rein. Ich überlege gerade, wo er ist. Von daher beginnen wir erstmal runter. Aber wir könnten auch den Geheimraum vorstellen, wenn der schon aufgedeckt ist. Das Feuer ignorieren wir mal. Gekonnt. So. Okay. Meine Fliege hat tatsächlich die fette Fliege sehr schnell, bis ich kaum zu glauben. Ah, da hätte ich jetzt eine Bombe eigentlich reinwerfen müssen. Äh. Geht weg. Jawohl. Also die Fliege ist sogar recht gut, wenn es immer trifft. Was halt ziemlich selten der Fall ist. Da lege ich mal eine Bombe. Kann da ein kleines Pubi kaputt machen. So. Wir bekommen... Ja. Können wir mal mitnehmen. Schauen wir mal noch mehr Coins. Zack, zack, zack. Weg auf Pennies. Das guckt man immer ab und zu ein paar Münzen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, denke ich immer. Wird es, dass er mehr oder wenig umsonst ist. Ei, ei, ei. Die halten aber auch viel aus. Zack. Sehr schön. Ich spüre den Zorn meines Orbits. Will ich halt auch die ganzen Knochen ausweiten. Das finde ich richtig, ne? Oder was heißt ausweiten? Äh, annulier durch meinen Orbit. Ihr habt keine Chance mit euren Dingern. Da lege ich mal eine... Ne, ich brauche eine Bombe. Eine Bombe brauchen wir auf jeden Fall. Sehr wichtig. Und noch eine Münze. Merse. Ähm, da können wir jetzt reinschauen. So. There's option. Oder more option. There's option, oder? There's option. Genau. Dann nehmen wir noch das da mit. Und ansonsten... Äh, reicht das? Gehen dann, denke ich mal, in Richtung Boss, weil... Weil... Fette Fliegen! Und damit meine ich eigentlich nicht euch fette Fliegen, sondern... Exklusivus. So. Orbit. Und Orbit. Und du kannst da irgendwo... Ja, genau. Geh da. Guck. Ein goldener Schalüssel. Hm. Da bringt mir das... Das bringt mir nix mehr. Mein Damage ist halt momentan halt auch nicht so unbedingt gut. Dann wummel ich dich nicht. Es ist Gerti. Ah. Ähm. Man muss halt ein bisschen Schaden machen. Durchschnetzeln. Ich mach halt echt wenig Schaden. Und nochmal. Ah. Sehr viel Leben verloren. Fällt mir nicht. Weil ich den Orbit fast eine C, weil ich so fett bin. Das ist nämlich auf jeden Fall ein Milch. Sind toll. Gibt es mehr Damage? Damage ist immer gut. Ich kriege wieder ein Devil Deal. Ah. Schon wieder ein Devil Deal. Aber dafür ist dann meine nächste Chance. Dann, glaube ich, 100% dass ich Angel Deal bekomme. Und kriegst du dann Trinket? Okay. Was bist denn du für ein Hübscher? Pay to win. Das hört sich hier erstmal sehr negativ an. Pay to win. Ja, okay. Nichts eben. So, ich geh mir mal einen kleinen Schluck. Das ist sehr schön. Pillen will ich nicht. Oh, Junge. Bin ich echt froh, dass ich ein bisschen Damage habe. Bisschen bekommen habe. Von Syntholk. Und man kriegt immer Boss Items. Kriegt man dann doppelt der Auswahl. Das ist schön. Weil er kann eventuell ein Magic Mashroom dabei. Wenn zum Beispiel Chubby kommt und so weiter. Wo du halt normalerweise ein Standard Item immer gibt. Na mit dem Little Shop. So langsam. Gott, ich komme nicht mehr mit dem Spiel zurecht. Okay, wir gehen zurück zu dem Original. Ne, Quatsch. Das Original war ja noch schwieriger als ich. Als dieses Spiel. Zack. Weil es Folge 100 nicht gesehen haben sollt. Habe ich The Binding of Isaac. Das Original mal gespielt. Alter, die haben richtig schnell gestoßen. Ich war da überhaupt nichts mehr. War perfekt. Da wollte ich nämlich sowieso gerade eine Bombe hinlegt. Weil ich vermutet habe, dass er vielleicht ein Magic Mashroom sein könnte. War aber, wie ich gerade gesehen habe, nicht. Oh, Junge. Da, Bombe. Fliege und ziehe ich. Oh, ja, nicht nur gemacht für wenigen Geld. Äh. Kann man jetzt auch wieder in den Shop rein. Vielleicht kriege ich mir dann auch First Option. Kann gut sein. Also, das ist dann das goldene Fragezeichen. Von daher würde ich auch erst mal sagen. Ist doch jemand da. Das war, falls... Ich sehe halt mal gerade nicht, weil sonst hätte ich ja gesagt, ja, falls wir den Itemraum sind, dass wir da vielleicht noch nicht rein gehen, sondern erst in den Job reinschauen. Ja, aber das ist gerade... Aber das ist gerade... Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt was finde. Oh, Gott. Mag ich nicht. Mag ich überhaupt nicht. Eine Pille, okay. Schauen wir mal, was uns die Pille so... Pille bringt. Äh. Ja, noch Latscher. Ja. Ich bin froh, dass man die Sachen erzieht, was ich habe. Also, wenigstens von The Large und so. Äh. Noch größer? Nope. Klar, wenn ich den Magic Maschum bekommen, nehme ich den. Der macht ja Allsitz ab und macht mich halt zwar größer, aber... Ich bin fucking stark da. Jetzt bin ich halt fucking schwach. Ja, was heißt fucking schwach? Ich bin schwach, in Anführungszeichen. Und bin groß und fett und langsam. Ja. Und bald tot, wenn es so weitergeht. Und sowas von fast tot, wenn es so weitergeht. Was soll man denn? Range up. Okay. Range up. Ein Speed. Ja. Ah. Es läuft gerade sehr gut bei meiner Eise-Karriere. Ich sehe es schon. Ja, dann machen wir die altbewährte Re-Roll-Taktik. Dass wir wenigstens ein gutes Item bekommen. Oder sagen wir mal ein mittelmäßiges bis gutes Item. Das wäre doch schon mal etwas. Weil ich will jetzt keine 20 Minuten lang re-rollen, bis ich da irgendwie was bekomme. Ich habe auch nicht immer Bomben, wo ich da irgendwie was wegsprengen könnte, damit ich das nur re-rollen könnte. Aber... Irgendein mittelmäßiges Item. Was da wird? Ja, nehme ich mit. Ist es machbar ein liebes Spiel? Ja? Nein? Vielleicht? Eventuell? Da haben wir was? Ich glaube, deine Seite. Gut. Mittelmäßig. Ist eigentlich ein gutes Item. Ich kriege mein HP ab und Damage ab. Von daher. Klar, das wäre jetzt nicht so das Wunschstart-Item. Aber hey. Ein wenig mehr Damage. Ich habe sogar Speed-Up bekommen. Und da... Eigentlich... Es passt eigentlich so. All-Stats-Up-Boost. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt All-Stats-Up-Boost war. Aber ich habe mehr Speed-Up bekommen. Ich habe mehr HP-Up bekommen. Ich habe Damage bekommen. Kann man eigentlich schon mal gut abzitieren. Sind wir auch ein bisschen schneller unterwegs. Sind wir jetzt schon fast stärker als vorhin. Vorhin hatten wir ein End-Damage von 5, irgendwas. Wenn wir jetzt noch Synthol oder so bekommen, was eine wunderschöne Spritze ist, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. So, geh weg. Und hier erkennt man dann wenigstens auch die Fliegen, wenn man den Pupi zerstört hat, wann die Fliegen auch kommen. Die werden damit dann rot. Gut, statt weißen bei dem Original, der Beine auf Isaac, hat man es halt nicht unbedingt so gut erkannt, wie man es sich eigentlich gewünscht hat. So, zwei Pupis noch kaputt machen. Zack, 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 zack. Schoss auf jeden Fall sehr erhöht, dass ich da was kriege. So haben wir ja wieder nicht so zwei Münzen bekommen. Bomben haben wir eine. Wie gesagt, wir wollen ja Mega-Satan machen. Das heißt, wir haben unter anderem keinen Zeitdruck, müssen aber Angel-Blitz machen. Mindestens zwei Stück und zwei Bomben, jeweils für eine Stadue, damit man dann den Engel ab bekämpfen können. Oder wir gehen zum Opferalter, aber da brauchst du so viel Herzen. Mit unserem Charakter kriegen wir ja so kaum Herzen. Bitte renn jetzt nicht in mir rein. Vor allen Dingen, der ist gerade richtig scheiße, weil der explodiert. Der explodiert, no. Ja, geh am besten raus. Ja, aber ich habe mir nicht gedacht, dass der explodierte Drecksack. Ähm, da haben wir nichts. Okay. Das ist der Dingel, der kleine Dingel. Der Speedy-Dingel, auch vergiftet dich, Dinge. Ist halt auch immer schön, der kann sich auch selber vergiften. Herr Trottel. Wahrscheinlich, wenn er so die Hälfte hat. Ah, schmeiß mir doch die Dinger nicht hin, ey. Leck mich am Arsch. Vor allen Dingen, scheiß Maisstückchen. Scheiß Maisstückchen. Äh, die sind Speedy unterwegs, ey. Kannst du mal aufhören, deine Kinder da zu spawnen. Hopp, vergifte dich jetzt endlich. Dass wir da den Kampf beenden können. Hast du gerade dein eigenes Kind getötet? Das ist schön für mich. Ich hätte einfach nur rumfurtzt. Alter. Voll rumgeslidet. Brauchst einen Slider, oder was, mein Freund? Kein Maisstückchen. Ich mag den Original Maisstückchen. Nicht den verdauerten Kack Maisstückchen. So, jetzt vergifte dich bitte. Ähm, da hat er mich da noch ein bisschen direkt gesagt. Stirb, stirb. Ne, diesmal vergiftet, der ist nicht halt nett. So, uh, noch mehr Damage. Nice. So, jetzt haben wir schon, glaube ich, mehr Damage, als ich vorher gehabt habe. Ich glaube, ich hatte 5,6 oder so. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen ja in der ersten, äh, zweiten Ebenen gerade erst. Oh, sehr gut. Oh, Satanic Bible. Alle 6 Räume, ein Schwarzherz. Das ist glorious. So, wie machen wir das jetzt am besten? Eppala. Haben wir geschafft, äh, den Bernie Penny. Nehm ich einfach mal mit. Oh, schaut euch die roten Tränen an. Es ist immer ein cooles Sein in Isaac, wenn du rote Tränen hast. Dann weißt du, ja. I'm strong, bitch. Ich liebe die roten Tränen. Klar, man kann sie dann weniger von den anderen Gegnern unterscheiden. Also von denen zum Beispiel. Aber, ey, meine sind größer und dicker. Weg. Ähm, da, 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 da. Na, komm, machen wir mal. Na, leider nix bekommen, außer eine Schwille. Da ist schon der Boss. Äh, äh. Halt ich mir einfach mal aus schon. Äh. Ich weiß nicht. Ich will einen noch ein bisschen mich erkunden. Weil eine Bombe, einen Schlüssel, irgendwie sowas noch getroffen. Weil das geht mir grad ein bisschen alles viel zu schnell. Vielleicht mein Buch noch aufwerten, dass ich dann genug hab. Weil das ging mir grad ein bisschen echt zu schnell. Ja, das war's eigentlich schon super. Ja, super, toll, nee. Na, okay. Dann absenziieren wir's mal und gehen direkt zum Boss. Hm. Da müssen wir jetzt ein bisschen... Äh, das ist wieder so ein... Äh. Äh, 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 äh. Äh. Das war ziemlich knapp. Ne, äh. Schnell, 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 schnell. Wo ist denn der Boss eigentlich? Da unten? Ja, super. Ja, Supporter Pinny hat total aus herumgegangen. Das ist Pinny. Ja, Pinny hätte ich eigentlich auch im Original, äh, Isaac mal gerne getroffen. Äh, äh. Aber das war wohl mir wohl nicht... Äh, äh, äh. Hi, Pin. Kannst dich selber mit deinem Explosionsschaden... Nein! Der alte Pin konnte das. Hab ich gehört. Ein HP ab, das mal zum blauen Herz wird und... Ja, Demon Baby. Beziehungsweise automatisches Baby, wo er automatisch schießt, brauch ich auch nicht. Angel Deale, der Chiactus. So. Eine XL Ebene, okay. Weiß nicht, ob mir das grad so gefällt. Äh, erst mal die Spinnen da weg. Erst mal die Spinnen weg. Äh. Und merken, wir haben kein Orbit mehr. Es ist ziemlich wichtig, dass ich das, äh, erwähne, dass wir kein Orbit mehr haben. Ah, da würde ich so gern mit dem Orbit jetzt reinrennen. Guck mal, ich mach ein Damage von fast 6. Und so viel fucking Leben hat das scheiß viel noch. Genauso wie der da. So, mein Pupi ist aufgeladen. Ähm. Äh, das sind paar Münzen. Das interessieren wird es mich schon, da rein zu rennen. Aber lassen wir es machen. Oh, und Testoption haben wir auch nicht mehr. Oh, Mann! Äh. Ah, das sind Doppelbomben. Und Lackhaft bekommen. Komm! Äh. Man könnte... Äh. Man könnte sich ja sonst nichts. Ja, wenigstens die Doppelbomben haben wir wieder gekriegt. Und die eine Münze noch. Äh. Ja. So kann man auch ein paar Bomben machen. Das ist auch nice. Leg mal auch hier gleich sofort eine Bombe. Ähm. Weil das tue ich mir jetzt nicht an. Äh, äh. Ah, ich kriegst du wieder zu viel Schaden. Ich seh schon. Hi, hi, hi. Stirb. Und ich hab gehört, du willst mir eine Batterie droppen. Ah. Ah. Final, konzentrier dich. Lass dir nicht zu viel Schaden einreden. Das ist nicht gut für dich. Schaden ist böse. Schaden musst du austeilen. Schaden darfst du nicht einstecken. Lerne mit diesem Wissen umzugehen. Und ihr werdet großartig jetzt wieder erfahren. Okay. So, meine fette Fläche. Ich hab gehört, du willst sterben. Ich hab gehört, du möchtest sterben. Äh. Eitelbaum. Wunderbar. Hoffentlich kommen dann auch keine Viecher raus. Äh. Es kommen Viecher raus. Das heißt, es kommen auch Knochenviecher, wenn wir Fecher haben, raus. Ah. Das ist ja schön für mich. Okay. Mir fehlt eindeutig noch die Stärke. Eindeutig. Warte mal kurz. Ich hau da ne Bombe. Ähm. Naja. Aber ihre zweite Form haben sie halt leider trotzdem. Zack. Was haben wir denn da schönes? Sky is the crack? Nope. Äh. Ne. Nope. Äh. Ich weiß nicht, was das macht. D100. Ach. Scheiß drauf. Oh Gott. Was haben wir denn schönes? Dein Magic Mushroom. Dein Magic Mushroom. Explosiver Diarrhea. Ei, ei, ei. Äh. Blue Baby bist deswegen speedy unterwegs. Ich seh's grad. Hm. Will ich das so lassen? Weil ich brauch halt auch mein Leben, ne? Ich glaub ich lass das immer so. Uh. Noch ein All-Stats up. Nice. Und ne goldene Bombe getroppt. Alter. Ich bin richtig speedy unterwegs jetzt. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Und ich kann jetzt auch unendlich Bomben raushauen. Bam, 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 bam. Spör den Zorn der ganzen Bomben. Zack. Hat er Risch. Yeah. Hm. Schwuss mit meiner Bombe. Zack, zack. Und ein Geheim können wir mal aufreigestalten. Äh. I-I-6. Dead Hat. Will ich jetzt nicht. Auch wenn's nicht Dead Hat heißt, aber... Da legt mir noch ne Bombe. Wippa, wuhu. Ja. Mit dem Speed Up bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und mit dem All-Stats up. Und so weiter. Und ich bin auch kleiner. Obwohl ich den Magic Mushroom hab. Das ist natürlich auch ein Wort. Das, er kennt man mit meinem Bomben rumspiel. Die Bomben sind euer Freund und Lebensretter. Uh, gell. Das heißt, man könnte mal in den Shop reinschauen. Mh, nope. Nein, 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 nicht den Automaten. wenigstens bis fünf wieder ok und wir haben wirklich und sich für die massa es ist der eine spüre den zoll meine bomben stimmt ich habe eine xxl ebene habe ich wieder vergessen habe ich ja schon wieder verdrängt ja das heißt ich habe zwei item räume da muss ja noch mal kurz schauen ob ich jetzt schon beide item räume habe oder nicht nur ob ich nicht gut dann nehme ich mal eine speed and damage spritze da jetzt geht es richtig los doch noch zweiter mit schmerz und dann schauen wir uns nach dem anderen item raum heißt es war vor allem wir haben ja sowieso jetzt viele punkten für die ebene also von daher können wir auch mal nach herzen zu zwingen erkunden wenn man das wollte und ja bock drauf weil die wir können dann noch ein paar herzen erfahrten heißt das ist nein 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 immer her mit dem schwarzen herzen weil wir gesagt wir haben ja in dem fall kein zeitdruck wir können ja alles wengen der ruhe ring anschauen gut nach magic machine muss jetzt ja nichts mehr schaue ich den ja schon ab wir arbeiten einen alten raum hätte ich noch sehr gerne sagt sagt erwischt gehen meine bombe rein schlüsseln ist ja gerne mit mehr sie ich spiele meine bombe ich meine pumpen angriff überlebt bevor das jetzt am nächsten amnesia ist ne lasse ich das erstmal mit der pille ich glaube so ist es sogar am effektivsten freue ich mich da noch ein bisschen herum eher so spürt und zwar meine bombe weg und du auch mega plässt nämlich sehr gerne mit und noch mehr pumpen haben wir schon in den shop ja waren wir okay ich denke mal ist was so weit gehen wir mal zum boss würde ich mal sagen und hauen den zweiten boss auf dieser ebene 1 aufs maul und hoffen dass man einen angel deal bekommt weil die mission zu mega salon zu kommen jetzt eigentlich mal aktiviert diese verdammte lager pille aber diesen run ist wieder da wurde damit wieder meine original größe das ist schön für mich wenn ich wenigstens genauso stark wäre wie meine größe dann besser wenigstens okay aber da ist doch noch da oben ich habe ich habe irgendwie eine wolke da ist das staub folge ich habe angst so toll alle zweite spritze ich könnte die spritzen verwandlung kriegt was ist eine wolke ok sie ist weg ok so jetzt ist sie aber 100 prozent langsamer bekommen oder ja das sind die 100 prozent aber ich habe jetzt an ich mal an was anders gedacht ja eigentlich 100 prozent der will die chance das habe ich ja nicht gedacht aber wir kriegen auf jeden fall schon mal ein devil deal und zu 50 prozent kann es ein angel deal sein herzen pillen noch mehr pillen über sie den kleinen punkten an er ist jetzt ziemlich verwirrt aus wenn das mal kein gutes gameplay war dann weiß ja nicht der leech wo ich nicht dran kommt ist ja schön für mich wissen sind hier keine schlüssel aber ich war alle vier erwischen heißt ja gut da die sich jetzt sind unbedingt das beste item von daher kann ich verkraft wenn ich mit dem kann aber eine polimentel wäre das so was dann vielleicht leicht dezent ein bisschen ich hasse euch alle schiene aber so ist es in ordnung ich da mal reinschauen ja da trainiert sich ja ja und zwar gar nicht ja vielleicht noch was ein herz verloren ein herz gewonnen das gibt schlimmeres noch eine pille und in meine bombe ich glaube nicht bis sie ist so ich habe nicht gedacht dass er jetzt nach rechts schießt aber war nicht ganz so der fall der joker wunderbar unsere wichtigste frage natürlich halt im raum shop nein okay dann suchen wir erstmal die weil wir haben genug münzen wir haben genug schlüssel dass man auch beides öffnen können so viel zeit muss sein okay dann gibt es nur noch einen weg den wir kunden können und hier haben wahrscheinlich dann die geheimen kann dann immer auch gleich mal rein sagt noch eine münze dann kommen wir wirklich nein okay denke es kann man aktivieren dann geht man auch noch ein herz keine flüge für die ebene aber keine flüge gehabt haben in dem fall der mensch ist in ordnung ja wir haben ja schon fast 11 damit die windel ich weiß nicht nämlich mal mit kann ich halt immer wenn ich wie war das wenn ich schieße ihr mein kommt dann zu ein pubi raus und da naja kann man noch mal wenigstens greift es ja auch alle an also von daher manchmal ist es ein wenig ungünstig aber es geht schon so man jetzt mehr oder weniger unendlich und da ist der shop wunderbar ist die ganz normale mal es ist eigentlich ja nichts interessantes dabei und daher sich mit geld und man bis 20 noch mal lack abbekommen und in der nächsten ebene können wir dann noch ein wenig geld und wenn wir das möchten dafür so ansonsten haben jetzt alles ist jetzt nicht ganz normale ebene kann nichts erleben das würde mich interessiert wenn ich eine xxl ebene habe und ich dann zum beispiel black candle bekommen dass er alle flüge entfernt habe ich dann immer noch eine xxl ebene oder nicht das sind die fragen die mich interessieren jogger werde jetzt übrigens nicht aktivieren weil ich habe sowieso eine hundertprozentige wahrscheinlichheit auf dem dvd also wieso sollte ich jetzt meine karte aktivieren wissen ist das schwittert ist der wolke wo kommt diese wolke her und wir haben halt schon wieder es sind sogar gute items sie will ich sogar mitnehmen ja nein definitiv nicht wahrscheinlich sind es da noch bessere alle liter wir haben habe ich meine händische deals mit ich bin doch ein lieber fuß eigentlich wenn jetzt noch mal der will die kommen dann nehme ich den mit sofern er gut ist weil dann schaffe ich eh nix mal wenn ich beim nächsten mal nicht bekommen er weiß so viel möglichkeit habe jetzt auch nix macht drei schlüsse ich weiß nicht zwei ja komm ich riskiere es immer zack das hat sich überhaupt nicht gelohnt naja ein schlüssel haben wir schauen wir mal ich denke wir werden hier auf jeden fall noch irgendwie ein schlüssel bekommen das ist einmal geil dass man dieses gehen das so rein stumpfen kann ja 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 das war gerade ein bisschen eng hier da noch eine bombe legen aber ja alles aufgeräumt und wir haben wieder genug geld dass man ein kämpfen kann auch schlecht da hat zwei von euch na klar ab und zu ist es ein bisschen blöd wenn man keinen platz mehr hat dass man meinen eigenen meiner eigenen windel kurz da ausweichen kann aber ansonsten ist es eine schlechte seite erstalten wir gegner frei so wird die da jetzt noch ein schwarzes für mich so das machen wir mal weil ich hätte die batterie gern weil lieber schwarze herzen statt blaue noch ein fliegen item attack fly naja so habe ich mehr oder weniger auch in orbit fliegen orbit soweit wenn man es gemacht und der hat's bern gemacht ne 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 zoll meine flieche sie töten alles und jeden ne und mich auch wahrscheinlich Münze ne bombe ganz wichtig zack zack speeder haben wir ja mehr oder weniger das passt schon so Oh, ich habe auch meinen zweiten Schlüssel. Wunderbar. Beziehungsweise, ich habe eigentlich sehr viele Schlüsse. Wo ist mein Shop jetzt eigentlich? Mir wurde ein Shop versprochen, den ich erkunden möchte. Itemraum, habe ich den? Ja, da war die Fliege drin. Naja, komm, das interessiert mich jetzt nicht. Ah, bin ich doch richtig. Wunderbar. Geht ja alle mal da weg, doch. Ich kann re-rollen, okay. Stronger Energy ist das schon mal ein Wort, mit dem ich was anfangen kann. Ähm, nope. Nope. The Map nehmen wir mal mit. Eventuell bringt man noch ein bisschen Geld zusammen. Schauen wir mal. Wir machen mal die Ebene noch ein bisschen weiter. Sack, große Bombe. Hat er riech. Vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen. So 15 Münzen insgesamt noch. Das ist schon mal ein guter Anfang. Da haben wir schon mal 10. 12. Dazu sagen wir jetzt nix. Ihr habt nichts gesehen. Nichts passiert. Wunderbar. Gut, dass nichts passiert ist. Fahrt. Mein Orbit dreht sich anders da, als die anderen Orbits. Das ist gerade ein wenig aktivieren. The Tower. Können wir mal The Tower aktivieren? Ähm, lass mich nicht rufen. Ruf, ruf. Ruf, ruf. Temperance. Äh, was auch immer. Temperance. Schau, Temperance. Jetzt haben wir aber nicht auch genug Münzen, ne? Äh? Alter. Wie oft ich jetzt in die Viecher da rein renne. Ich muss aber auch zugeben, ich habe eine große Hitbox. Gut, gehen wir nochmal zurück in den Shop. Haben wir tatsächlich noch genug Münzen? Ähm. Na komm. Okay, mit meinem Orbit fliege hat sich jetzt nichts getan. Naja, ich habe es aber mal mitgenommen. Vielleicht war ich ja guffi. Ich bin zwar jetzt fast, aber hey. Hoffnung stirbt zuletzt. Schleckt immer ja irgendein Item, wo man noch fliegen oder zu spawnen können. Weiß ich gar nicht mehr so verkehrt. Ich habe jetzt schon bei Mom, okay? Hi Mom. Das ist die Rode Mom. Ding. Das ist die Rode Mom. Au. Mama, ich habe gepupselt. Äh. Oh, wir haben wir Angel Deal. Äh, wir gehen nach oben. Polaroid. Und. Pellthrow. Äh, ich nehme dich mit. Zack. Jetzt haben wir immer einen Angel Deal. Was eigentlich auch überhaupt nicht verkehrt sein kann für unsere Aktualisation. Weil jetzt wird man auf jeden Fall im nächsten Eben auch ein Angel Deal bekommen. Und da ist es eigentlich das perfekte Item, dass man zu Megastar dann kommt. Nee, kein Laser bitte. So. Nee. So, Schlüssel-Item. Katsching. Zack, zack. Und ab in die nächste Ebene. Dann behalte ich auch meinen Jogger-Katter. Dann kommen wir nämlich dann in die Kathedrale, glaube ich nochmal rein. Wo ist der Boss? Ich denke mal links oben oder links unten. Auf jeden Fall in der linken Richtung, würde ich mal behaupten. Hm, lass mich da bitte durch. Hä? Wenn ich halt ein wenig kleiner wäre, das wäre natürlich auch ein bisschen vorteilhaft. Hm, ein Pilz. Und ich putze mal ein bisschen. Na, seid ihr verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Na komm. Eine Kiste. Noch ein bisschen. Ja, Staff. Äh, Boss. Okay. Ich bin dann zwar meine Pumpen. Und meine schwarzen Herzes. Wenn ich sage, jetzt ein Voller-Roll-Effekt ist das schon mal etwas. Für eine kurze Zeit natürlich nur. So, ein Schalüssel. Ist das eine Folge? Was macht die Folge? Ich habe Angst. Sie wird mich umbringen, oder? Au. Nein, da ist nicht der Bus. Okay. Dann muss ich nochmal zurück. Nein. 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 Weiter verwirrt. Ich auch. Noch eine Bombe. Mit. Das sieht. Da, rießt mein Orbit auf meinen Freund. Danke für den Schlüssel und Action. Oh, Junge. Oh, Junge. Geh, das war knapp. Du machst ja nur in eine Richtung, genau. Lebt noch her. Ja, das sind auch so genau. Zwei. Das Säckchen kommt nicht dran. Oh, gekauft. So, Herzen braucht nicht. Also, für diese Herzen, sage ich da mal eine Mega... Gut, dass meine Bombe da war. Nee, Bombe. Da muss man auch bisher auf den Sound achten. Da spürt man einen Sound der Bombe. Und noch ein Englischsteil. Gut. Das war mir das schönes. Oh, oh, oh. Oh, oh, Sacred Heart. Oh, oh. eine bombe legt hier blau herzen und weiter geht's so wo können der post sein ja unter mir halten würde ich jetzt mal sagen darf nämlich sehr gerne mit das war knapp da ist es ist er kennt kommt deine augen wieder so glasklar wie deine augen sind die augen erkennen kaum wieder bei engräumen nicht unbedingt so ganz vorteilhaft pille kleiner speed down ich habe immer noch ein speed von zwei jahre von daher hat sie jetzt da nicht unbedingt viel geändert ich habe aber auch mehr nach einem small rock eigentlich ausschaut halten aber vielleicht ist hier das super sie gibt die heimraum kauft nämlich sehr gerne mit jetzt habe ich 6,9 leck mich am arsch es lebt die frage ist nur wie lange spoiler ich denke nicht allzu lang das finde ich nice dass die bomben auch zu den gegnern hin latschen habe ich die laufenden bomben eigentlich das ist eigentlich gar nicht ach das war mein allererstes item oder so ähm da rein oh junge ich muss aber was will ich denn da das item kenne ich nicht der meint gibt mir einfach nur drei rote herzen in dem fall an die blaue herzen dann ich hab dich mal ich habe ich habe kann ich ja gleich aktivieren mache ich auch und dann würde ich sagen wir wollen nach oben ich habe ja genau da werde ich gleich auch meine jogger karte aktivieren weil hier wird man normalerweise keine chance bekommen das sieht man auch null prozent dass man das bekommen aber durch die karte oh das ist die krone nehme ich auch sein kenne mit das ist die blaue kronen das bedeutet 32 damage mehr so lange ich nicht getroffen werde mache ich mache ich solche karos oder wie man die auch immer wenn ich einmal getroffen werde dann dann mache ich halt kein angriff mehr es gibt aber zumindest eine schwarze krone und die funktioniert nur wenn ich ein rotes herz was halt mit blue baby nicht machbar ist also niemals wurde herzen gekommen ist diese krone die ist himmlisch jetzt jetzt passt es auf jeden fall ein großer blue baby mit einer großen macht dieser schüssel gehört mir ja also mega sagen ist auf jeden fall kein thema mehr es sei denn ich bringe mich noch selber um es ist die krone aus und es ist wieder an noch eine pille ich frage mich wann das ende ist bald bald ist das ende wenn ich so weiter spiele es sind hier richtig meine krone ist aus und zwar meine ganzen tränen kann dann nochmal hoch aktivieren ja und mega sagen kann man dann auch machen sagt das buch das vor öffnet sich ich bin noch ein schönes abbild macht und da gehen wir mal dahin dann greife ich hier noch schön an die christmas kommen jetzt schauen wir noch was wir da haben wow daddy's key ja gut das heißt wir haben das ziemlich umsonst ja was heißt umsonst wir hätten die schlüsselteile nicht farmen müssen sagen wir es mal so aber wir gehen noch die schlüsselte verwandlung noch merkt er mit schlau 80 exasio diarrhea und schildert die ist immer noch mit machen wir auch gleich mega star dann hey mega star dann ich will ja nichts sagen aber es sieht nicht gut für dich das sieht verdammte scheiße nicht gut für dich aus jetzt könnte es halt ein bisschen eklig werden wegen meinem furz was ich die ganze zeit jetzt lass wenigstens gehen die bomben etwas von mir weg wenn ein gegner in der nähe ist aber ansonsten ich will jetzt auch eines christmas ich darf mir das ding mit her hey entwicklung okay du bist mir mit dankeschön ich schaffe es schon ganz allein ich bin schon groß das neuer und der mega in wie so mega und so lieder und so gleich tut sag mal kann ich jetzt endlich mal mega dann machen jetzt wenn halt echt mal alle posten gespielt geschworen bevor es weiter geht wahrscheinlich aber jetzt müssen jetzt noch die engel kommen dann haben wir soweit auch alle kleinen gegner mehr oder weniger besicht frismatec und bombenatec und der rote schwarze engel auch dieser geht ja ich habe zwei mit welchen wo kommen scheiß wäckchen her nein aber es jetzt da gewesen irgendwo ist meine pompe hallo gut bei dem angriff ist der links schiert ins geht weil ich jetzt alle tränen mehr wenn ich zerstöre weil ich jetzt nicht so den tiers abhabe aber jetzt der 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 wenn ich schon die flammen zerstört und er kriegt schon langsam knicke da wollen knick in der optik und damit haben wir mega salen besiegt auch eis und beziehungsstube das ist ja richtig aber das ist lebendig aus als sonst ups wir haben frei geschalten jetzt wollte ich noch mal kurz interessieren bei blue baby quatsch haben wir jetzt eigentlich alles bis auf den grieber modus ja hast du das ziel muss noch mal ja mit der lost haben bis jetzt eine mit kippe aus und der kippe gott ja ja eines tages ist auch der kippe dran alles beim nächsten mal oder auch nicht keine ahnung ist bewusst wir sehen uns das nächste mal auf jeden fall wieder haut rein euer fein